willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten ich bin heute mal auf dem rathaus level 9 dorf also auf meinen kleinsten eigentlich denn ich glaube das spiegelt so ein bisschen das dorf wieder was so ultra viele haben also eigentlich ein relativ gut ausgebautes dorf hier und ja ich bin max aber mauern und helden noch okay das kennen wir dieses leidige thema aber das leidige thema hat ja hoffentlich bald ein ende ich weiß es nicht genau aber ich finde schon mal sehr sehr gut ich hoffe ihr habt daran gedacht dass wenn ihr rathaus 9 max seid dass ihr den dritten bohrer hier in jedem fall baut und auch weiter ausbaut denn der hilft schon mal enorm und natürlich im moment in meinem labor läuft noch die hexe aber der fris zauber geht jetzt oder der frost zauber geht ja jetzt auf level 2 also den solltet ihr in jedem fall machen denn die 0,5 sekunden die lohnen sich also der war überfällig dass der endlich mal auf level 2 geht aber ihr seht das hier ich habe schon jetzt die ersten morgen auch in diesem dorf angefangen der eine oder andere fragt sich immer warum baue ich eigentlich die x-bogen nicht bis auf level 3 aus das liegt einfach am kriegsgewicht eigentlich sollte man die magertürme auch noch gar nicht so hoch bauen allerdings muss ich hier nicht mehr so viel machen in diesem dorf aber die x-bögen tatsächlich baue ich erst dann aus wenn meine helden einen entsprechenden level haben sonst kriege ich zu starke gegner also so angerechnet an meinem gegenüber und deswegen habe ich mir irgendwie so immer in den kopf gesetzt ich baue sie erst mal aus das heißt also wenn ich rados 9 bin da baue ich die x-bogen aber ich baue sie noch nicht weiter aus und zwar baue ich sie nicht weiter aus bevor nicht beide helden mindestens level 15 sind eine helde habe ich schon auf level 15 den könnte ich jetzt zwar machen allerdings befinden wir uns ja jetzt schon in der liga und ich habe im moment kein heldenbruch das heißt ich könnte ihn jetzt schon machen ich hätte genug dunkles dann wäre er auf 15 und dann würde ich auch ein x-bogen anfangen aber wir können ruhig ein x-bogen machen denn wir haben ja schon ein helden haben wir schon ich nehme aber nicht den x-bogen wir nehmen mal diesen x-bogen hier und bauen den weiter auf dauert auch nur fünf tage jetzt haben wir noch so ein bisschen was über an ressourcen denn es gab ja nicht nicht mauer verschieben das ist das was ich euch die tage gesagt habe fummelt sich hier ein bisschen im dorf rum zack hast eine mauer verschoben jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen elex überschuss denn ich kann jetzt nur noch den bohrer hier machen bis auf level 6 geht der der geht bis auf level 6 und die anderen habe ich jetzt schon auf 6 beide jawohl und dann brauche ich immer nur so ein bisschen elex das heißt wir können auch ruhig mal schon so die ein oder andere mauer machen im moment ist eigentlich so dass ich bei den anderen dörfern ich habe habe ich mache ich die mauer immer komplett durch das heißt also in dem fall hier müsste ich jetzt glaube ich fünf mauren haben fünf mauren 5 mauren 245 mal die und fünf mal die die wir uns jetzt schon ein level höher machen können das heißt wir nehmen wir nehmen die einfach mal und höher geht es dann eh nicht das heißt also wir sind ja unheimlich billig das ist es eigentlich ist es eigentlich der klopfer leute aber ich kann euch nur empfehlen macht mauern wenn ihr die chance habt macht mauern so zwei stück noch das ist auch das gute du brauchst sie nicht suchen denn sie werden die hier angezeigt da kann ich jetzt nur noch mit gold machen okay warum eigentlich eine kann ich kann ich doch noch mit ich wollte gerade sagen kann ich doch noch mit ein bisschen elixier machen dann sparen wir uns noch ein bisschen elixier auf wenn wir jetzt die nächste mauer machen das heißt also diese hier auch noch mal mit elex dann hauen wir uns hier komplett durch und so gehe ich jetzt eigentlich vor früher bin ich etwas anders vorgegangen da bin ich erst einmal umgegangen mit den neuner mauern und beziehungsweise mit den achtermauern und dann mit den neunern hinterher das mache ich jetzt im moment nicht so wir haben noch drei bauarbeiter die wollen wir auch mal sinnvoll beschäftigen hier bogenschützen turm den nehmen wir und wir nehmen noch einen dann lasse ich mir einen frei für morgen und dann nehmen wir mal ein kanonchen würde ich sagen ich glaube das ist die erste kanone hier die ich habe okay aber ihr habt ihr im bild gesehen wir wollen heute mal so ein bisschen mit den super truppen angreifen ich habe super truppen mittlerweile auch hier in der klanburg nur drei stück ich will mal so ein bisschen umbauen das ist ja so eine ganz klassische armee die jetzt gerade sieht das ist ein go la lun also golem lavahund und loons allerdings nimmt man eigentlich immer oder viele nehmen bowler mit in die klanburg oder halt mehr loons ich habe jetzt mal die drei riesen hier genommen ich weiß nicht genau ob drei riesen jetzt den golem ersetzen könnten da habe ich keine ahnung mein golem ist auch noch nicht auf vier das kommt noch dazu der ist erst auf zwei leute und aber dennoch mal so ein bisschen umbauen hier gerade im rathaus 9 und 10 und 11 bereich und so da kann man sicherlich was mit super truppen machen oder auch mit den vielleicht mit den mit der super truppe mit dem mit dem fass roller also mit dem mauerbrecher oder der zweite klick hier ist richtig cool und wir gucken mal die queen hampel darum wunderbar denn die machen doch schon nett die mauern kaputt ich habe wie gesagt ganz bewusst übrigens diesen kleinen account hier gewählt so und jetzt nämlich auch schon meine meine klanburg hier mit rein und da schießt glaube ich keinen minenwerfern nach dahin wunderbar dann können wir jetzt hier mit unseren helden reingehen dass sie auch wirklich rein gehen und können hier einen sprung ansetzen wunderbar und was haben wir noch wir haben hier noch vielleicht ein magier wir nehmen noch ein bisschen clean ab magier glaube ich mit rein ist glaube ich ganz sinnvoll und unsere riesen die sind schon ziemlich stark mein lieber mann die waren da einiges weg die queen läuft zwar ein bisschen quer ist auch noch eine luftabwehr schaffen hier allerdings oder ist der fehler doof da sind die fehler aber obwohl der fehler geht da eigentlich da können wir jetzt schon mit den lupart anfangen 123 123 unternehmen wir hier unseren lavahund und einnehmer von hier er hat jetzt zwar einen weiten weg das ist aber nicht so schlimm und jetzt müssen wir ein bisschen fixer sein einmal hier ein paar rüber die gehen nach da und die gehen jetzt hoffentlich nach da ich muss das jetzt mal eben so machen hier die restlichen vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen wenig vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen wenig lohnts keine ahnung hier haben wir noch was für die tesla farm und die kommen da auch noch mal nach und mal ein bisschen schneller okay ja gar nicht mal so übel gar nicht mal so schlecht wir schaffen das dorf jetzt nicht ganz hier aber wir haben das war fast das ganze dunkle hier raus die los werden das dahinten ja nicht mehr packen denn die beiden tesla dort vereiteln das in jedem fall oder schaffen die das nicht schaffen das nicht da sind die tesla zu stark für alles klar ärgerlich und das ist ausbaufähig ist ja auch erst ist ja auch erst mal nun erster test ich habe hier mit jetzt noch nicht so ultra viel geübt oder so aber kann man ja mal machen ich könnte mir vorstellen dass wir uns in google sparen und einfach melons mitnehmen so nehmen so nehmen wir die nächste armee auch mal ob dann 33 stück auch wirklich reichen von den riesen das sei mal dahingestellt auch das müssen wir checken aber immerhin muss meine queen machten die eigentlich okay die könnte das rathaus schafft ihr das rathaus wohnung mal gucken wo hier unten war auch noch ein bisschen was da war noch ein magier und kriegen das rathaus noch ohne dass die beschuss bekommt 30 sekunden ja schon mal noch wunderbar dann haben wir das auch im sack für das klant für für das nicht das klaren spiel für für das spiel was im moment läuft aber ich glaube so kann man es ganz gut machen okay wir bauen die noch mal nach ich habe jetzt gleich eine andere armee am start seta dann nehmen wir die noch mal und dann nehmen wir hier in google mal raus ich nehme mal sicherheitshalber noch mal zwei riesen von mir mit würde ich sagen kurzer cut und dann machen wir die nächsten angriffe so herzilein du bist dran okay ich habe die suchen wir erstmal für euch mit mit übersprungen das doofe ist hier vorne eigentlich der feger aber ich habe jetzt hier wieder die drei super riesen drin und ich habe eigene riesen dabei dann kommen wir wieder auf zehn wir fehlen jetzt eigentlich tatsächlich bowler aber wir gucken mal wir gucken mal wie wir das eigentlich machen können dass man auch wir lassen erstmal die kriegen hier einmal drehen nehmen wir noch ein magier mit zu und nehmen hier die risslichen riesen rein hier oben so ein bisschen gefangelt werden dann setzen wir würde ich sagen erst scheiße die heiler sind jetzt doof platziert da aber egal die riesen kriegen ja in jedem fall noch noch ein wenig beschuss die müssen sich jetzt auch ein bisschen beeilen dass die luftabwehr da wegkriegen das macht jetzt aber schon mal die queen wunderbar denn die müssen ja in jedem fall überleben wir müssen ja in jedem fall überleben okay ich habe 17 hawks dabei und der hat jetzt keine klar okay ich weiß nicht ob diese truppen die ich jetzt gerade so ein bisschen checke ob die auch wirklich im im klankrieg sind sinnvoll sind aber das ist jetzt auch wieder doof king wird geheilt und ein king kannst du eigentlich nicht heilen king kann es nicht wirklich heilen da hinten fehlt jetzt eigentlich heilung bei den riesen okay dann nehmen wir hier mal unsere hocks mit rein wir nehmen wir hier unsere hocks ein bisschen mit rein und ein paar noch da rein dass die hier jetzt zusammen kommen das tun sie auch an der stelle wunderbar der wird ja wahrscheinlich auch keine keine aktiven bomben haben denke ich mal doch clean up nicht vergessen und er hat die außen den king okay den können wir ein bisschen weg giften wenigstens so ein bisschen und hier ist noch mal eine tesla farm das kriegen wir dahin so wo ist unsere queen wunderbar sieht ganz gut aus es sieht noch ganz gut aus allerdings keine x-bögen also das war jetzt das war jetzt auch nicht so wirklich so ganz reell würde ich sagen das war jetzt nicht ganz so reelle naja ist auch immer schwierig dann jetzt den passenden gegner zu finden ich kann auch nicht immer jeden weg klicken weil ich habe eben schon wieder weg es gibt leute das ist jenseits von gut und böse okay dann können wir die queen hier auch zünden und den king brauchen wir eigentlich nicht wirklich aber herzi line haben wir hier geschafft ist auch mal witzig sonne bs ist wahrscheinlich ein girl ein keine ahnung weiß ich nicht heiler switch auf die hocks okay das war jetzt ein bisschen overpowered sehe ich ein kann man aber so machen gerade hier beim farm ist ja ganz gut ob die jetzt wirklich im ck was taugen weiß ich nicht ich habe jetzt etwas anders nachgebaut ich habe jetzt etwas mehr loons dafür nur noch zwei riesen wir nehmen jetzt wieder drei riesen mit man kann natürlich das ganze auch etwas anders machen wir könnten jetzt hier auch die mauerbrecher für mit rein nehmen lassen unsere einfach weg und nehmen dann auf unserer seite nur riesen es ist es wirklich man kann auch viel man kann viel kombinieren die nehmen wir jetzt noch mal die ist ja will ich die armee okay die können wir noch mal nehmen da können wir ein bisschen mit üben lasse ich mir noch mal ein paar riesen geben glaube ich über truppen egal welcher so wer hat denn eigentlich welche der avatar hat welche ja mit dem avatar habe ich natürlich jetzt die riesen da kann ich jetzt im moment auch gar keine andere truppe ausbilden denn ich habe im moment nur die in ausbildung das dauert jetzt noch ein paar tage bis wir die haben aber ihr habt ihr schon festgestellt damit ihr die überhaupt auf max level bekommt muss derjenige sie auch max haben das heißt also eigentlich erst ab rathaus 12 kannst du die riesen auf 9 haben und dementsprechend auf 8 haben entschuldigt auf 9 warte mal 8 oder 9 riesen riesen auf auf level 9 um sie auch als super truppe zu nutzen das sei mal nur den gesagt die jetzt noch nie in rathaus 12 oder 13 gesehen haben nicht genau wissen wie hoch gehen die truppen ab wann können sie eigentlich gebaut werden als super truppe oder super ausgebaut werden wir lassen kurz mal den king recken und ich überspringe euch aber die suche mal sehen ob wir jetzt mal mit mit luft ein erfolgreicher werden das müssen wir in jedem fall hinkriegen denn vielleicht taugen die ja in den klang kriegen könnt ihr mir gerne mal reinschreiben ob ihr die schon genutzt habt die truppen die super truppen im klankrieg jetzt vielleicht auch schon in der cwl wer jetzt schon cwl spielt und dann lasse ich mich immer gerne eines besseren belehren vielleicht dann auch in den livestreams könnt ihr mir ein paar tipps geben oder ich gebe euch halt ein paar tipps aber erst finde jetzt ich muss es erstmal selber herausfinden ob es überhaupt sinn macht alter falter das ist ein rathaus 10 ich weiß aber der ist gerade noch so er hat den dritten x bogen noch nicht und er hat noch kein inferno turm fertig deswegen ist aber er hat ein bisschen größere mauern ok ein bisschen größere mauer aber trotzdem alter das kann ich mir nicht entgehen lassen dieses fest ich habe mittlerweile meine klar buch auch noch mal leer gemacht da solltet ihr auch mal darauf achten nicht dass ihr angriffe macht bonus bekommt und dann bekommt ihr denn nicht letzter tag glaube ich des vierfach sterne bonus ok dann gucken wir mal wie wir hier reingehen können ich weiß jetzt ich weiß wirklich nicht ob das ob das nicht ein bisschen wenig ist hier ich weiß nicht ob das ein bisschen zu wenig ist wir nehmen hier zusätzlich aber noch mauerbrecher mit rein und ich habe aber zumindest clean up dabei da gehen die rum ok dann schauen wir mal aber der sprung war scheiße der sprung war kacke oder der sprung war nicht gut der sprung war nicht gut und da kriegt meine meine queen jetzt vor allen dingen schon so heftigen beschuss gerade dann müssen wir das da machen okay aber die luftabwehr ist weg und der feger vielleicht auch noch das wäre nicht schlecht wenn der feger auch noch weg gehen würde das wäre sogar super super fett okay da ist der feger weg und dann können wir eigentlich von hier aus rein starten ins vergnügen wo einmal den von da und wir nehmen noch ein von hier und jetzt müssen wir ein bisschen fixer seien hier am flächen schaden wunderbar 123 das muss ein bisschen schneller gehen toto und man kann man könnte jetzt natürlich auch mal die doppel leiste nehmen hier ok die gehen hier schön zum flächen schaden wunderbar und dann gehen die nach außen alles klar dann gehen die dahin 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 gifft 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 hier für die skellis warum tut das christian das kriegen wir hin oder das sieht doch sehr sehr gut aus jetzt müssen die hier aber allerdings noch mal über den flächen schaden rüber aber das sieht ganz gut aus leute jetzt geht doch total geht doch effekt hier sind natürlich jetzt noch einige lager offen ok king ist da auch weg alles klar funktioniert ja hatte zwar ist auch keine klaren buch aber war schon ein kleines stück größer die base und sie war auch max out also kommen wir der kleine realität ja schon ein bisschen näher wenigstens ein kleines bisschen näher und ich glaube sage ich würde sagen ja er hat sich in jedem fall gelohnt ich habe eben schon 10 weggeklickt er hatte allerdings auch in fernos aber leer geballert aber der hatte schon 10er defensive und also magertürme waren schon auf rathaus level 10 niveau und auch so ein paar bogenschützentürme und dann wird schon ein bisschen schwieriger aber ich glaube den haben wir ganz gut mitgerissen ist auch eine aktive base also wir haben jetzt nichts totes hier erwischt wunderbar drei sterne hier also geht es okay wir nehmen noch mal die hoge ist auch da habe ich jetzt kurz mal umgebaut und auch die hatte ich schon ein bisschen teurer aber ich kriege ich kriege dunkle sowieso moment nicht weg das heißt dann können wir da ruhig mit fahren und weil der tag heute so schön ist mache ich noch einen angriff mit euch klar leute kommt wir machen heute mal ein bisschen was und wir wollen die super truppen ja noch mal testen so drei stück davon ich habe jetzt noch mal etwas umgebaut hier heiler heiler 17 ja wir wollen mal was mit den mit den hawk rider machen was was sinnvolles würde ich sagen und deswegen hatte ich euch das ganze noch mal ich bin übrigens gerade beim clan herausforderer das habe ich jetzt nur für die video folge gemacht ich bin eigentlich in einem anderen clan mit diesem account die cwl spielen aber jetzt ein bisschen zum video machen und so ein bisschen zum spenden ich weiß gar nicht ob wir da überhaupt ein elfer oder sowas haben deswegen bin ich kurz noch mal hier rüber gekommen aber ich glaube das ist ganz gut ich gehe gleich auch wieder in einer clan rein und werde dann hoffen dass ich heute abend meine angriffe machen können mit heute abend meine ich natürlich donnerstag abend kurzer cut vierte angriff ok freunde immer mitnehmer mit hier eine eine unserer erklärten lieblings bases eigentlich keine gute base aber da ich ja nicht genau weiß wie meine truppe eigentlich tickt müssen wir dir mal mitnehmen problem ist sind ist natürlich immer bei dieser taktik hier die die beiden luft abwehren denn die werden meine heiler natürlich irgendwo runter holen relativ schnell wahrscheinlich sogar 1 2 3 4 das muss weg das muss weg aber das sieht schon mal ganz gut aus hier mit dem funnel die tage hatte jemand ja gefragt was meinst du eigentlich immer mit fahne mit fahne meine ich dass die truppen nicht rumlaufen um die base sondern schöne schneise haben wo sie hier reingehen können so wie die hier jetzt mit den dicken riesen die queen werden wir da aber mal vorsorglich ein wenig frosten nicht frosten was aber probiert später aus sondern ein wenig weg machen hier und ich habe keine mauerbrecher dabei das wollen das ist ja bei dieser taktik so das sollen natürlich die die riesen erledigen und das machen sie auch auf beiden seiten das machen die auch gerade auf beiden seiten ok dann geht sie jetzt weiter wunderbar wo kann ich denn meine hox hier eigentlich reinsetzen oh scheiße hier beim bombenturm alter scheiße mist 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 beim bombenturm habe ich das jetzt gerade gemacht und da muss ich die jetzt schon durch heilen da so haben wir noch irgendwo was war machen müssen vielleicht hat er hier gleich noch einen gift auch hier unten wird es noch mal richtig kritisch gerade da muss ich gucken wo ich wo ich hier eigentlich noch mal mein heilzauber setze ich glaube da ist er ganz gut aufgehoben ich glaube da ist er ganz gut aufgehoben hier unten ist immer noch alles in heilung ich habe jetzt zwar die queen verloren das macht aber nichts ich komme erstmal nach da schauen und das sieht aber ganz gut aus passt doch also so ein bisschen zum üben geht es in jedem fall gar keine frage und hier sehen wir noch mal die die neuen super riesen richtig schön in action also sie sehen schon krank aus mit dem mit dem schlagring und den bandagen also richtig schön gemacht hier und die hox müssen allerdings jetzt ein bisschen clean up übernehmen das schaffen sie aber auch ja ich werde ich werde das noch ein bisschen weiter testen für euch ich hoffe ihr testet das auch vielleicht mit einer anderen truppen kombination oder so aber für mich war die jetzt einfach nahe legen weil das sind so ein bisschen so kleine ein bisschen auch oldschool taktiken hier ich werde das jetzt mal kurzfristig ein bisschen umbauen für die events die noch anstehen aber ich glaube die sind eh bald vorbei ich glaube das lohnt sich nicht mehr aber ich werde es trotzdem machen ja auch scheiße die bombe weiter weiter dankeschön auch und mein king hat es ja doch noch ein king hat es doch noch erwischt okay aber wir haben ganz gut mitgenommen das waren jetzt vier angriff und die können wir noch mal nachbauen allerdings mache ich jetzt anstelle der riesen nehme ich jetzt 12 bekker da muss ich dann ein bisschen weniger von denen glaube ich mit mir noch weniger von denen was ist denn eigentlich da bei der armee ich glaube die armee hat ganz wenig so hat ganz wenig von denen von den magiern dabei ich muss ein bisschen fangen 12 davon 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 passt okay freunde ich hoffe das ganze hat euch ganz gut gefallen vielen dank auf jeden fall fürs zuschauen dann sehen wir uns mit weiteren videos vielleicht auch am wochenenden ich muss mal gucken dass ich mal ein bisschen was für euch festhalte auch aus den anderen dörfern und vor allem aus der liga also haltet die ohren steif bleibt gesund euer toto fest ja 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 ja